Hallo, Kelly a.k.a. Mrs. V-Lock hier und ich sag eines sehr, sehr häufig. Ich sterbe! Ich sterbe! Ich sterbe! Au! Ich sterbe! Aber was wäre denn, wenn ich wirklich sterben würde? Was würde ich hinterlassen? Was wären meine letzten Worte? Deswegen habe ich euch genau das auf Twitter gefragt. Mistetag begann. After all this time, always. Nerd bis zum Schluss. Die versteckten Millionen liegen in, nach jahrelanger Suche fand ich es endlich, das Versteck. Ja, 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 endlich. Ist nur ein soziales Experiment. Ich freue mich ernsthaft, dass es jetzt diese Ausrede gibt. Fuck this shit. I love it. Wenn ich jedes Mal gestorben wäre, nachdem ich diesen Satz in meinem Leben benutzt habe, dann wäre meine sieben Katzenleben wahrscheinlich schon aufgebraucht. Oh, I never felt like this before. Yes, I swear. Miau, motherfuckers. Ich weiß auch nicht, diese Folge ist nervös und ultra abgefragt. Guck nicht an meinen Internetverlauf. Ich komme wieder. Hoffentlich nicht. Tote Müffeln. Ich will da nicht mehr mit ihr abhängen. Ähm, ja? Erst brichst du mir das Herz und dann stirbst du mir auch noch weg? Fick dich. But first, let me take a selfie. Oh, sie stirbt. Notice me, Senpai. Gott ist also dein Senpai und du willst in den Himmel kommen? Wie old school. Christen, 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 Christen. Bye, 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 meine Liebe des Lebens. Mh, du bist also für dich selbst deine Liebe des Lebens. Gute Einstellung. Diese letzten Worte wären auch was für mich. Ich bin die Beste. Scheiß auf alle anderen. What the? Die Pizza. Wie schlimm das wäre, wenn man kurz zuvor sich eine Pizza in den Ofen geschoben hat und die einfach verkokelt. Wie traurig. Leute, was macht ihr? Ich habe eine Pizza im Ofen. Mein Bier. Willst du mich verarschen? Die war schon immer ein Prankstar. Das ist geil eigentlich. Fail. Da sagst du was. Wenn sich die Fail-Army mein ganzes Leben angucken würde, dann könnten sie einen ganzen Kinofilm rausmachen. Und so kommen wir auch schon zur Frage für nächste Woche. Wie kommt man am besten über seinen Ex hinweg? Einfach sterben! Wir sehen uns nächsten Dienstag. Donnerstag. Oder was, Hund? 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 Oder, Hund? Vielen Dank.